Nummer 3 Diese Waschmaschine von Beko hat ein Fassungsvermögen von 8 kg und eine maximale Schleuderdrehzahl von 1200 Umdrehungen pro Minute. Ihre Energieklasse A und ihr sehr niedriger Verbrauch machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Haushalte, die Energie sparen wollen. Zu den Stärken der Maschine gehört eine umfassende Programmauswahl, mit der alle Arten von Textilien gewaschen werden können, einschließlich technischer Kleidungsstücke und Bettdecken. Darüber hinaus macht eine spezielle Option zur Haarentfernung diese Waschmaschine für Haustierliebhaber noch praktischer. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2 Dieses Modell von SMEC ist eine zuverlässige und funktionelle Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 8 kg. Mit einer Energieeffizienzklasse von A bietet sie einen sehr niedrigen Wasserverbrauch und eine große Anzahl von Programmen, darunter das Dampffalten zur Minimierung der Knitterbildung auf Textilien. Allerdings fehlen ihm intelligente Funktionen, die das tägliche Leben erleichtern könnten. Trotzdem ist das Datenblatt umfassend und bietet mehrere Waschoptionen, darunter spezielle Programme für empfindliche Stoffe und technische Kleidungsstücke. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Diese AEG Waschmaschine ist das perfekte Gerät für alle, die eine hohe Leistung und ein leistungsstarkes Wascherlebnis suchen. Mit einer Beladungskapazität von 8 kg und einer maximalen Schleuderdrehzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute garantiert diese Waschmaschine eine gründliche Reinigung und trockene, weiche Wäsche in kürzester Zeit. Das Besondere an dieser Waschmaschine sind jedoch ihre fortschrittlichen Programme und Optionen, wie zum Beispiel die Dampfprogramme, die eine größere Wirksamkeit bei der Entfernung hartnäckiger Flecken garantieren. Ein spezielles Programm für die Verwendung von Waschmittelkapseln erhöht zudem die Vielseitigkeit dieses Geräts. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.